wir tragen den kampf zu ihnen der tod kommt von oben und mit diesen schönen worten herzlich willkommen bei splinters der blacklist im multiplayer zusammen mit mikai kun ja wie ihr hier schon sehen könnt wir haben ein etwas anderes menü bei der multiplayer sind auch hier ein paar missionen von unseren lieblingscharakteren aus dem spiel wir haben jetzt hier als erstes mal grim und die erste mission ja du bist schon etwas höher gelevelt als ich gut ich habe auch mit ihm hier nur einmal die kampagne durchgemacht so ohne lang zu fackeln wollen wir direkt durch starten wir haben uns übrigens vorgenommen hier in diesem stil jetzt mal ghost zu machen weil das hier in der see festung hawkens nachher alles bringt wenn man da als ghost gut durchgeht so sieht's aus ihr müsst bei der annäherung vorsichtig sein mitchley rothington hat hochklassige sicherheitssysteme gekauft und beschäftigt dazu noch einen haufen wachen sagst du nicht die hälfte der wachen sei weg mit die hälfte meine ich nicht alle ok datenzugriffspunkte befinden sich in den oberen etagen der einrichtung sind hauptsächlich appartements ihr findet schon was ihr sucht verstanden irgendwelche ausweichrouten sieht aus als käme man an der seite der anlage hoch wenn ihr das schafft von mir aus viel glück ich kann mich dahinter nicht verstecken so na gut wenn wir den einfach stehen lassen wir natürlich noch optimal ja ich weiß nicht wie das mit den punkten ist wenn man sie schlafen legt ich glaub man musste tatsächlich um hier ghosts zu bekommen einfach einmal durchgehen ohne irgendjemanden einen benerken zu lassen was natürlich leichter gesagt ist als getan so einmal schön außenrum und hier geht es natürlich nicht weiter so gehen wir hier noch ein kleines stückchen weiter so und hier sehen wir auch schon ein paar fenster da falsche sicht da sehe ich einen da sehe ich einen na er ist weg der andere kommt gerade hier lang der cg durch einfach weiter gehen wo treibst du dich gerade rum ein bisschen auf dem dach ich guck gerade so da oben haben wir auf jeden fall unseren typen den wir einfangen mit dem vorführer am grimm und oh komm 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 haben es fast geschafft komm es läuft gut geschafft puh ohne entdeckt zu werden ich versuche mal aufs dach zu kommen ok ok oh bei mir ist auch hier gerade die regenrinne für aufs dach wir sehen schon das datenpaket von hier aus äh es ist aber im stock unter uns das wird nicht einfach kameras alles mögliche und natürlich ein sniper irgendwo da hinten hockt auch der laptop ich glaube ich klettere hier wieder runter das bringt das nicht wie war dann nochmal mit kameras ausschalten das war ok ne ähm ich weiß nicht ich glaube da werden die die an der kamera sitzen immer misstrauisch aber ich glaube entdeckt bist du nun nicht sofort komm ich hier drüben irgendwo rein? ja hier komme ich nirgends so weiter ich glaube ich muss tatsächlich da durchs Fenster und gucken dass ich mich an den zwei da drin vorbeischleiche und wieder zurück und wieder zurück der andere ein knieter gerade schütt aber ich komme hier gar nicht rein der andere ein dem der andere zum Kommst du auf dem Dach weiter? So. Nicht umlegen. Ziel ist neutralisiert. Oh verdammt. Wie laufen die denn jetzt? Der eine läuft da lang, der andere hier lang. Oha. Hey, du hast eine Maschine auch. Jani. Bitte lauf. Lauf weiter. Der einzige, der mir jetzt noch Sorgen macht, ist, dass da hinten kurz ein Hund zu sehen war. Was ist dieses Datenpaket? Oh. Nein, 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 nein. Ach, gemeinsam durchbrechen, da komme ich gar nicht alleine durch. Spiel nicht in Helden. Aber ich komme nach unten in den Keller. So. Und da haben wir ihn. Gute Arbeit, Briggs. Der Kerl, den du eingeparkt hast, stand bei Interpol seit Jahren auf dem Wunschzettel. Was habt für die Hauptkommunikationsleitung an? Dann haben wir das hier. Wow. Acht Gegner nicht alarmiert. Sauber. Geil, ich bin schon wieder hier. Wir haben Ghost beinahe zusammen. Aber auch leider nur beinahe. Wir müssen noch immer es schaffen, einen Rest zu sammeln. Hier ist natürlich eine Kamera. Oh Mann. Okay, die Kamera hat nichts bemerkt. Ach, gemeinsam durchbrechen. Hier komme ich auch nicht durch. Äh, was war das denn? Wahrscheinlich nur das Anlehnen. Hier dürfte ich auch nicht weiterkommen. Hm. Toll, der Treppe in den Keller hat mich gar nicht. Na komm. Da haben wir einen Hund und da... Da gibt auch noch einen. Der Hund ist mir leicht im Weg. Was steht da natürlich genau vor. Ist das Datenpaket über mir? Tatsache, da hinkt's. Oh nein. Krieg ich das denn? Ach, hier geht's ja noch höher. Na, noch weiter rüber, runter. Der Köter weicht aber auch nicht von der Tür weg. Oha, der war knapp. Hm. Okay. Landmina ist scharf. Ganz ruhig, Kleiner. Wir sehen nach. Sieh noch keine. Teamwork Ich hab nur ein Problem, jetzt kommen die von hinten Der hat seinen Typen entdeckt Bonus verloren, machen sie misstrauisch Scheibenkleister Aber wir können noch immer ghosten Oder? Ah, das geht noch So, da hinten der Raum ist frei Wir könnten gleich zum Laptop durchbrechen Hey, seid vorsichtig, Mann aufgefallen Gut, hier ist tatsächlich niemand mehr Hier müssen wir, glaube ich, rein Glaube ich, bin ich mir aber nicht ganz sicher Hier ist auch glücklicherweise keiner mehr Ach ja, der Gang Da hinten Warte Das ist aus Hier haben wir den Laptop, der wurde auch noch nicht zerstört So Die drei Ziele haben wir So, und der letzte Punkt müsste am Ende dieses Ganges sein Irgendwo hier hinten müsste noch Der Sicherungskasten sein Oder du hast ihn schon Ach, da hängen wir Pass auf, hier direkt links Erwischt Und so einfach kommt man dann hier durch Ja, der davon Grimm Verwandte das Handy unseres Gastgebers So, wie sieht's Verdammt Äh Noch sieht so aus, als hätten wir ghost Okay, das heißt wir müssen jetzt nur noch nach vorne raus Das ist relativ einfach Wir können durch den Raum, wo wir gerade herkamen Hier Nee, noch einen weiter Was, wir müssen die Tür nochmal aufbrechen? Oder natürlich, man geht innen rum Oder wir brechen die Tür auch gemeinsam auf So, da können wir nämlich wieder durchs Fenster rausklettern So, und hier können wir jetzt ganz gemütlich wieder nach unten Haben Anzeichen von möglichen Aktivitäten in deinem Vektor Oh Pass auf, der ist direkt bei dir Ich komme hier nie mehr raus Oh Oh Er ist weg Oh, dafür müsste man da gemeinsam durchbrechen Äh Ja, ich glaube von beiden Seiten geht das nicht Okay Oh, schleichen wir uns Ah, nie, vorbei Nein, 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 nein Boah, war das knapp Einmal kurz die beiden markieren Ich komme hier nicht durch Von mir aus Stiefelt beide nach oben So, jetzt kommt man hier gut durch So, wir nehmen den sicheren Weg Wir sollten uns verteilen Das sichern wir einen größeren Bereich Und die dumm, die dumm Oh, pass auf, sie kommen hinter dir So, jetzt kommt das Ein Stück. Ja, super. Wenn es so weitergeht, entdecken die mich. Okay. Sauber. Alles eingesammelt. Ach, schade. Ich glaube, der Bonus war in der Mission noch draufgerechnet. Okay. Cool. Die erste Mission, 20 Minuten. Ist genau ein Part vorbei. Ja, damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Erste Mission gepackt, alle Ziele gesammelt. Leider haben wir es nicht geschafft. Nichts geschafft haben, ja. Ach doch, wir haben die drei Sachen. Ja, toll. Ja, die sind Hauptsache. Wir sind so mies. Sehr gut. Beim nächsten Mal wird besser. Genau, kann sich verwässern. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann, Leute. Bis dahin. Bis dann, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020